In the starting area with the starting number 201, Ivan Golubkov, Ivan Golubkov from Russia. Ivan Golubkov aus Russland mit der Startnummer 201 beschließt die Starts in men sitting 15 km. Ivan Golubkov, Ivan Golubkov, Ivan Golubkov. A paar Worte zum IPC World Cup 2016 in Finstrau, der jetzt ja schon am 5. Tag läuft. Heute beste Bedienungen, das war nicht immer so. Das Team hier von Finstrau hat jetzt drei Tage, Tag und Nacht, kann man schon so sagen, gearbeitet, geschuftet, um die Pisten in diesen Zustand zu bringen, den wir heute hier vorfinden in Finstrau. Also beste Bedienungen, die Teilnehmer, die Läufer, also stellen uns ein sehr, sehr gutes Lob aus. Wir hoffen jetzt, aufgrund der Temperaturen, die gemeldet werden, Minusgrade von 6 bis 7 Grad, auch den Wettkampf bis Sonntag noch, alle vier Wettkämpfe jetzt noch planungsgemäß, also durchführen zu können.